Hallo zusammen und herzlich willkommen! Willkommen bei Freakish. Wir sind bei mir zuhause. Nein, nicht in der Türkei, sondern in Frauenfeld. Warum? Weil ich mich pudelwohl da fühle. Wir sind am grössten R&B-Hip-Hop-Festival von ganz Europa. Und zwar am Opener Frauenfeld. Wer ist alles da? Der Ludacris, Nicki Minaj, Kendrick Lamar und ganz viele andere Acts. Und ich möchte gar nicht mehr so lange reden. Ich möchte nur noch shaken. Let's go! You got Tony Braxton up in the house. You got Tony Braxton up in the house. We live up in here, y'all. It's getting high. Serap's an ihre Vorfreude kaum zügeln. Battles, Raps, MCs, Jams, Pimps, Scratches. Alles im Frauenfeldhut. Die geballte Ladung Hip-Hop mischt so einige Hormonhaushält auf. Sogar unsere Nachbarn kommen von Deutschland hier rüber. Sag mal, weshalb ausgerechnet hier ins Frauenfeld? Ja, wir haben uns die Videos vorher angeschaut. Es waren extrem enorm. Wir sind auch überwältigt, wie man hier sieht. Ich glaube, wir bräuchten für einen Weg von zwei Minuten, bis wir hier eine Stunde da sind oder so. Also, ich bin hierher gesessen und schon werde ich herzlichst empfangen. Okay, hey guys, how are you doing? We're doing very good, straight out of Denmark. First time on Frauenfeld. First time. And what do you think about Frauenfeld Open Air? I'm a very big Hip-Hop lover. I love Frauenfeld, I love Austria. We're in Switzerland. Okay, okay, Switzerland. Yo, straight out of Denmark, Switzerland. We love all your motherfuckers. Yeah. Was gefällt dem Frauenfeld Open Air besonders gut? Also, das Line-Up ist natürlich super. Wir sind von St. Gallen. Und St. Gallen Open Air hat zwar viel coolere Leute, aber wegen dem Line-Up können wir immer da hinnehmen. Stimmig, Leute, Text vor allem. Der Jossi mega geil. Wirklich. Also, der Kendrick Lamar, der sich echt hoi ist, finde ich schon recht geil. Das ist wohl die Idee von MTV Mobile. In ihrem Cube kann man sein Handy direkt vor Ort aufladen lassen. Kommt das öfters vor, dass man einfach keine Akku mehr hat? Ja, weil man es halt viel braucht. Bei was braucht man es denn an einem Open Air jetzt? Ja, Videos, Fotos, Snapchat, Facebook oder Whatsapp. Hey, was machen dir junge Leute da beim MTV Mobile Stand? Ich bin mein Handy aufgeladen gekommen. Ah ja, das Handy aufgeladen, das stimmt. Bei was braucht man denn so viel Akku? Vor allem Frauen wahrscheinlich. Die fragt gerade die Frauen. Ja, zum Bildern machen, zum Video machen. Alles aufnehmen. Das ist schon praktisch. Also, da ist mein Handy und da ist dein Handy. Wie ist es jetzt gelaufen? Du bist rein gelaufen. Und dann, was musst du machen? Ich bin von Istanbul. Istanbul? Ja. Osamantürkje konnochelem. Osamantürkje doyar. Und was denkst du über die Charging Room hier? MTV Charging Room. Yeah, it's cool. But next year it must be a larger place. Bigger, larger. It's a place to be here. MTV Mobile. Headshot, sit down, stand up, pass up, wake up, I'm faded. Ich habe einen Kollegen gefunden. Mein MTV Host, Sevi. Sali. Sag mal, was ist deine Aufgabe da? Wir sind an diesem Stand verantwortlich für die Animation der Leute. Heute Morgen sind wir über den Zeltplatz gezogen, die Leute geweckt von ihrem Tiefschlaf, den sie noch hatten. Und haben mit den Ladies Hula Hoop gespielt. Hast du nur das? Ich weiss es nicht. Ich habe es noch nie probiert. Komm, mach mal. Zeig mal. Sicher? Ja, ja. Aber dann gibt es gleich ein Battle. Ja, ein Battle. Es ist langweilig. Mann, er kann das super gut. Oh, oh. Schlafsacklippen. Genau. Yes. Also ich gehe am liebsten im Sommer in den Ausgang, weil wenn das Wetter stimmt, dann macht jedes Openair verdammt viel Spass. Aber hey, der Sommer, der ist noch da. Und wir haben noch ganz viele andere Party-Tipps für dich. Und zu denen gehen wir gleich jetzt. Ich gehe am liebsten. Selbstverständlich steht Alice auch drauf zu harten Beats zu bouncen. Hip-Hop und R&B-Liebhaber kommen am 22. August im Alice Juh so richtig auf ihre Kosten. Der Landowner DJ Assad vom Label Hype Hub London wird euch zum Tanzen bringen. Egal ob ihr wollt oder nicht. Ruhig in den Ecken stehen gibt es nicht. Mehr Infos unter alice-juh.ch Last Frequencies ist zwar momentan im Hoch und wird mit Booking-Anfragen überhäuft, aber der Zürcher Club Aura hat es geschafft, den Shooting Star für die After-Street-Paree-Party am Samstag 29. August zu buchen und bietet euch so ein einmaliges Party-Erlebnis. MFM Booking bringt Headliners wie Robin Schulz, Felix Yen und Klingant ins Zürcher Kaufleuten. Auf drei Floors könnt ihr nach der Street Parade am Samstag 29. August die Party weiterführen und eine unvergessliche Nacht erleben. Nach der Street Parade am 29. August heisst es Move On in die elektronische Musikkultur. Auf vier Floors im Komplex 457. Als Headliner erwarten dich internationale DJ-Grössen wie Bassjackers, Tuyamo, Flick Flack und Möwe. Inklusive dem Komponist der offiziellen Street Parade-Hymne Alex Price. Zöger nicht und sichere dir dein Ticket auf starticket.ch Was ist jetzt hier gerade dein Main-Act vom ganzen Wochenende? Zweimal. Einmal ein Mann, einmal eine Frau, Nicki Minaj und Ludacris. Yeah, Ludacris war echt voll geil. Und dein Lieblingskünstler? Also da auf jeden Fall. Ludacris war auf jeden Fall der Haupt-Act. War krass. Du siehst aber auch so aus wie so ein Gangster, sagen wir mal. Nein, gar nicht. Nein, nein, gar nicht. Was gefällt dir bzw. welcher Künstler war bis jetzt dein Favorit? Also Deichkind, Ludacris und Nicki Minaj sind die Besten. Hey! Where are you from? United States. What are you doing here in Switzerland? Ludacris. We follow Ludacris. And when did you arrive? We got here yesterday. Yesterday. And who is your main favorite act? We love Ludacris. Ludacris! Ludacris! He gave us a shout out at the concert. It made our whole life. MTV will love this right here. We threw up the Atlanta. Where he's from? He's from Atlanta. Yeah! Where we're from. We love Ludacris! We love Ludacris! Oh, bitch, get off the wave. Get off the wave, bitch, get off the wave. Oh, no! The fight's out. I'm about to punch your lights out. Get the fuck back. Guard your grill. It's something wrong. We can't stay still. I've been drinking and busting too. And I've been faking. Your favorite act? Twindic Lamar. Definitely. Definitely, Kendrick. Straight out of Compton. You know, Westside. That's how we do it. Tupac, keep it at life, niggas. Boopopopopopopr. Wohhhhhhhhhh. Welcher Act gefällt euch bis jetzt? Hat euch bis jetzt am besten gefallen? Essabrookie. Das war gut. Und für dich? Was war das Highlight? Hier. Oh, ich? Eure Scheiße. Natürlich auch herzig. Hey, hey! Brrrrrrrrrr. Zeig mal, du hast doch gerade deine Brille weg genommen. Du hast dir so schöne Augen. Zeig doch mal deine Augen. Also... Ja, der Womanizer. Sag mal, wie sieht's mit dem Flirtfaktor aus? Kann man da gut flirten? Ja, aber ich bin nicht wegen dem Flirten gekommen. Dankeschön, du alle. Alles Gute. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Wir performen gerade der Lou Duckery und Tausende von Menschen sind in einem Shake-ham rumgegeben und gehen zur besten Musik ab. Aber auch wir haben für dich die besten Musikperlen bereit gemacht. Bei uns am Soundcheck, presented by Sennheiser. Bibi Rexha, I'm gonna show you crazy. Die New Yorkerin mit albanischer Abstammung ist hoch im Kurs. David Getza hat sie für seinen Song Hey Mama mit Nicki Minaj ins Boot geholt und so in die Charts katapultiert. Mit ihrem eigenen Track I'm gonna show you crazy beweist sie ihr Talent als Solokünstlerin. I'm gonna show you crazy. Ich glaube es ja nicht, wer habe ich hier neben mir? Am Freitagabend stand Nicki Minaj auf der Bühne und sie hat zwei Leute auf der Bühne geholt. Eine Frau und ein Mann und dieser Typ war bei Nicki Minaj auf der Bühne. Was war das für ein Feeling? Nein, was war das für ein Feeling? Unbeschreiblich, ich habe es nicht zu checken, ich habe die ganzen Leute gar nicht gesehen. Ich habe nur ihren Arsch gesehen. Ja, das war es jetzt leider auch schon von unserem ersten Teil von Braufeld Openair. Und wir sind natürlich auch am Abend unterwegs. Das allerdings kommt erst das nächste Mal. Die Leute sind uncool drauf, egal ob Tag, Nacht oder Morgen. Ja, das wäre es leider auch schon von unserem ersten Teil vom Openair Frauenfeld. Wir sind tagsüber unterwegs. Die Leute sind schon wirklich tagsüber recht angeheitert. Aber es macht sehr viel Spass. Ja, das macht es wirklich im Fall. Ganz viele andere Acts, und zwar am Abend. Halleluoo! Also schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir für euch am Abend am Openair Frauenfeld unterwegs sind. Sie ist geil! Schaltet einfach ein, weil sie geil ist!